Hallo Kritzelpixel-Freunde! Willkommen zu einer neuen Tutorial-Folge von Kritzelpixel. Es wurde aber auch mal wieder Zeit, dass es ein Tutorial zu Kritzelpixel gab. Heute gehen wir mal wieder so ein bisschen auf die Basics zurück. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich euch mit Input und Wissen vollgestopft habe rund um das Thema Zeichnen. Wir kümmern uns ganz intensiv um das Thema Zeichnen. Malerei geht noch ein bisschen darüber hinaus. Wir kümmern uns um Zeichnen in der Hinsicht, dass wir ein Papier haben und einen Stift. Es ist vollkommen egal, ob es halt ein Bleistift und ein Papier ist oder ein Computer und ein Grafiktablett oder ein Computer und eine Maus. Ja, es gibt Leute, die können mit Maus zeichnen. Wie kann man mit Maus zeichnen? Ja, tatsächlich, wenn man zeichnen kann, kann man mit allem zeichnen. Das klingt jetzt komisch, aber wenn man zeichnen kann, und ich sage, das ist ein werdender Prozess, zeichnen können ist etwas, was immer darüber hinaus gibt. Es gibt keine 100 Prozent. Das fängt an bei Strichmännchen bis zur realistischen Zeichnung, drüber hinaus über Realismus sogar noch. Ja, das ist möglich. Es geht darum, dass wenn man das einigermaßen kann oder gut kann, die Definition ist aber schwierig, dann kann man mit jedem verschissenen Medium malen und zeichnen. Kreativität ist dabei gefragt, allerdings dazu natürlich auch Perfektionismus. Und ganz, ganz am Anfang stehen auf ziemlich einfache Hilfsmittel. Und da wir etwas ganz Einfaches am Anfang brauchen, um diese einfachen Hilfsmittel zu erlernen, um uns ans Zeichnen und Malen und überhaupt dann die Kunst heranzuwagen in der Form von, ich will mich nicht nur ausdrücken, sondern ich möchte auch das, was ich in meinem Kopf habe, eins zu eins wiedergeben. Und ich glaube mir, das ist echt schwer, weil die bildliche Vorstellungskraft eines Menschen ist tatsächlich mehr auf Informationen beschränkt, als auch wirklich ein Bild, das man im Kopf hat, das man genauso wiedergeben kann. Wenn wir uns von einem einfachen Strichmännchen dahinarbeiten wollen, müssen wir klein anfangen. Und klein ist Chibi. Chibis sind klein, niedlich, putzelig, griffig, winzig, einzigartig. Es ist die japanische Antwort auf vereinfachte körperliche Darstellung. Chibi heißt halt in dem Moment auch sowas wie klein. Und deswegen fangen wir an mit Chibi zeichnen, weil es total leicht ist, da gewisse Regeln zu lernen. Jetzt gucken wir uns aber einfach erstmal so ein bisschen die Unterschiede an. Chibi und der realistische Mensch. Das ist ja etwas, was ja so gesehen nicht ganz so im ersten Moment einfach darzustellen ist. Wir fangen jetzt einfach mal mit Mann und Frau an. Ich möchte euch jetzt einfach nur mal den Unterschied zeigen zwischen einem Chibi, einem männlichen gezeichneten Charakter, einem weiblichen und einem Kind. Ihr werdet dann feststellen, dass Chibi und Kind gar nicht mal so weit voneinander entfernt sind. Okay. Ich sage es immer ganz gerne, mit dem Kopf anfangen kann einen einiges erleichtern. Es ist aber nicht unbedingt jetzt die gängige Art, dass man mit einem Kopf anfängt. Das ist so ein Ei erstmal. Also bevor wir uns jetzt mit der Anatomie des Gesichts beschäftigen, gehen wir nun mal ganz grob auf so Sachen ein. Erstmal eine vereinfachte Darstellung zu zeigen. Vereinfacht ist der Kopf eines Menschen ein Ei. Klar, das ist nicht die exakte Form. Es wäre viel zu einfach. Aber ganz grob kann man einfach erstmal ein Ei zeichnen. So, ich habe es noch in der Mitte unterteilt. Das ist immer ganz gut, auch um zu sehen, ob beide Helfen einigermaßen gleich groß sind. Und das ist auch schon mal der erste Ansatz einer Hilfslinie. Dieses Ei ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, denn dieses Ei kann man jetzt noch ein paar Mal nutzen. Ja. Insgesamt eins, zwei, das muss nicht immer perfekt gleich sein, drei, vier, fünf, sechs und eventuell auch ein siebtes Mal. Das ist ein bisschen unterschiedlich immer. Ich sage das deswegen, weil Menschen nicht immer gleich groß sind. Wir haben uns jetzt mit diesen Eiern, die ich jetzt angeschiziert habe, quasi die Länge des Menschen errechnet. Ja, das ist tatsächlich so. Wir Menschen sehen ja eigentlich alle erstmal ganz grob überbrochen gleich aus. Sorry, ist so. Wir sehen alle gleich aus. Wenn ihr jetzt anfangt, Strichmännchen zu malen, also so ein Strichmännchen, das ist bei allem gleich. Es gibt keine dicken, dünner, das ist alles das Gleiche. Und das kann man sich zunutze machen. Denn Menschen sind im Durchschnitt immer so und so viel groß. Ihre eigene Kopfgröße entsprechend Männern sieben Köpfe, Frauen auch mal sechs Köpfe. Und natürlich könnt ihr das variieren, je nachdem, ob euer Charakter größer oder kleiner ist. Da kann man sich aber merken, mein Charakter ist plus seinem eigenen Kopf siebeneinhalb Köpfe groß. Das macht es zum Beispiel einfacher, Größenunterschiede darzustellen. Wir halten uns also an Formeln. Der Halsansatz, der Hals eines Menschen ist gar nicht mal so lang, wenn man es realistisch betrachtet. So ein bisschen in den anderen Kopf mit hinein. Interessanter wird es. Bei Männern kann man zum Beispiel davon ausgehen, wenn sie breite Schultern haben, dass sie drei Köpfe breit, breite Schultern haben. Das sind natürlich nicht Kerzen gerade. Die gehen natürlich ein bisschen weiter nach unten. Ja, und der Schulteransatz hört dann quasi da auf. Hier, das ist der Schulteransatz. Der hört dann da auf. Wo? Oh, der erste Kopf auch aufhört. Er sieht, es gibt so Regeln, an die man sich halten kann. Ja, genauso wie der Bauchnabel hier dann beim zweiten Kopf in etwa aufhört. Das kann man sich natürlich dann selber orten. Der Schritt hört so ein bisschen hier weiter unten drunter auf, als es jetzt hier beim dritten Kopf der Fall ist. Wir haben die Knie in etwa hier auf der Höhe. Ja, also man kann sich das dadurch schon mal so ein bisschen zusammenrechnen. Also wir können das jetzt hier mal ein bisschen verbinden. Ja, also Oberkörper, das ist so ein bisschen Trapezform. Und dann geht das hier wieder ein bisschen auseinander. Da wären wir die Hüfte. Und natürlich muss man ein bisschen was über die Anatomie, Beine und Co. wissen, um zu wissen, wie sie geformt sind. Darum geht es. Also Malerei ist Wissen. Also realistisches Malen ist Wissen. Da waren ja so ein bisschen O-Beine hier. Aber das ist halt... Ne, ich gehe normalerweise nicht so darüber heran, einen Menschen zu zeichnen. Das lernt man. Man hat das so im Kopf. Es ist so, dass man das so ein bisschen im Kopf haben muss. Genauso wie zum Beispiel hier die Arme immer in diesem Mittelpunkt aufhören. Das kann man sich ganz gut merken. Unsere Arme sind ziemlich lang. So. Männliche Figur. So. Seht ihr? Seht ihr? Das ist nach Regeln gearbeitet Mensch. Im Durchschnitt. Ein Durchschnittstyp. Bei einer Frau ist das ein bisschen anders. Da sind auch die Proportionen so ein bisschen anders. Da kann man sich jetzt auch wieder hier so ein bisschen die Köpfe zulegen. Aber ich möchte das einfach nur mal so, dass die Schultern sind bei Frauen ein bisschen schmaler. Das sind meistens, lustigerweise Titis. Also zwei Köpfe breit sind die Schultern. In der Regel bei der Frau. Also nicht, wenn sie ihre Regel hat, dann ist das das Gleiche. Also das bleibt nicht. Ich hab... Ich sollte aufhören zu reden. Aber ich möchte euch ja was erklären. Genauso wie die Hüften erheblich breiter sind. Also wenn wir jetzt hier den Charakter entsprechend zeichnen wollen. Mach das nun mal gerade so zu Ende. Jo. So. Hier. Es gibt also gewisse Regeln, an die man sich halten kann, wenn man Menschen zeichnen will. Das gibt's übrigens bei allem. Ihr könnt alles in geometrische Formen und Längenverhältnisse einteilen. Ihr könnt anfangen zum Beispiel, das mit Hunden zu machen. Also ihr nehmt euch halt immer die gleiche Hunderasse vor und dann guckt ihr halt, naja, okay, der Kopf passt immer dreimal da rein oder manchmal viermal oder manchmal, ne, jetzt zum Beispiel hier irgendwie so ein, so ein Schnauzer habt. Ne, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, so einen Hund zu zeichnen, dann fange ich auch gleich automatisch an, ihn erstmal in geometrische Formen zu zerlegen. Dann wird man einfach nur mal grob schon den Hund hat. Das kann man immer detaillierter ausarbeiten. Aber es hilft einem halt, die Dinge zu zerlegen, aber gewissen Regeln zu folgen. Genauso wie bei Gesichtern, da haben wir ja schon mit Hilfslinien drauf eingegangen, dass es gewisse Regeln bei Abständen gibt. Und um Charaktere individuell erscheinen zu lassen, kann man diese Regeln abweichen. So kann man sich, wenn man einen Charakterbogen erstellt, zum Beispiel sagen, ja, der Charakter, also es ist bei Menschen zum Beispiel so, dass wenn man jetzt zeichnet Augen, man im Regelfall zwischen den Augen so viel Platz hat, wie für ein drittes Auge. Hier so, da. Das kann man ja variieren. Und man kann ja sagen, es ist fast ein drittes Auge oder ein bisschen mehr noch als ein drittes Auge. Ja, also ihr seht, ihr könnt euch selber helfen, durch dieses Erarbeiten von diesen Regeln unterschiedliche individuelle Charaktere zu erstellen. Aber diese Sachen hier zu erlernen mit den Zahlen und Maßen und alles, das dauert auch ein kleines bisschen. Das muss man viel üben und kombinieren mit Abzeichnen und ins Gehirn einprägen. Deswegen ist es ganz sinnvoll, durchaus bei einer einfachen Form anzufangen. Durchaus von einem Strichmännchen weg, sage ich da immer ganz gerne, weil der typische Mensch zeichnet ein Strichmännchen ja so. Und das ist gar nicht mal so falsch. Ja, also mal abgesehen davon, dass der Armansatz nicht stimmt, kann man aber halt jetzt hier schon anfangen, den Charakter ein bisschen zu erweitern. Ja, und schon seht ihr, kommt der ganze Charakter, einen Körper und sieht damit realistischer aus. Und da haben wir fast schon unseren Chibi. Ein Chibi hat immer einen sehr, 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 sehr großen Kopf. Ja, ich tue das jetzt mal nicht in Realation zum Rest der ganzen Charakterienzeichen, sonst wäre er plötzlich sehr, sehr klein. Die Vereinfachung hier ist halt ganz sinnvoll. Also ich nehme halt einfach quasi wieder den Kreis als Basisform und der Hals eines Chibis ist meistens ziemlich klein. Es gibt viele verschiedene Chibi-Stile, aber wir nehmen jetzt einfach mal meinen. Und ich mache immer so eine Art Birne aus dem Körper. Also weil es, das ist kein perfektes Trapez in irgendeiner Weise, sondern es ist so eine Art Birne. Wir sehen hier, das hier ist eine Birne. Ja, das ist einfach eine Birne. Und die Arme, auch wenn sie ein Gelenk haben, sind halt auch mehr so Würstchen. Und die folgen halt auch gewissen Regeln. Sie, der obere Bereich ist quasi bei mir immer genauso lang wie der untere Arm, ist aber halt dicker. Also so ein Arm ist hier, hat so einen Ansatz an der Schulter, der geht so ein bisschen schmal zu. Ihr seht, der geht hier so ein bisschen spitz zu, hat hier sein Gelenk. Und dann kommt hier nochmal so eine dicke Wurst und dann kommen hier die Hände. Ja, also ihr seht, es folgt auch Regeln und Gesetzen, die man sich teilweise selber ein bisschen erarbeitet. Ja, und die man auch durch abzeichnen oder durch sich angucken von anderen Zeichnern lernt. Ja, ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr am Computer zeichnet und zum Beispiel, ihr macht solche, erstmal hier so eine einfache Form, zum Beispiel vor den Armen, um die zu modellieren, radiert Sachen davon weg. Das könnt ihr auch auf dem Papier machen. Also ich empfehle, wenn ihr euch Stifte kauft und Papier kauft, nehmt hochwertiges Zeichenpapier, nehmt hochwertige Zeichenstifte, also wenn es geht wirklich aus dem Künstlerbedarf, hochwertige Bleistifte, die, wenn ihr erstmal Skizzen macht, reicht ein HB aus. Ich mag HB-Stifte sehr gerne, Pencils. Also ein HB ist halt nicht zu stark, nicht zu weich, das verschmiert nicht zu sehr, ist aber auch nicht zu dick und dann dünn, ganz dünn, vorsichtig aufdrücken, nicht doll aufdrücken, damit ihr mit einem Radierstift auch die Linie modellieren könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Kreis malten, der ist nicht ganz perfekt geworden, könnt ihr Teile davon wieder wegradieren und wieder dranmalen. Das ist die Technik, die ich am Computer benutze mit dem Grafiktablett, die man auch mit der Maus benutzen kann, wenn man mit der Maus zeichnen will. Wobei das mit der Maus mal, das ist noch was für Fortgeschrittene. Aber das ist eine Zeichentechnik, die ihr auch auf dem Papier anwenden könnt. Ist nicht ganz so einfach wie am Computer mit einem Zeichentablett, aber es geht nicht anders, weil gerade mit dem Grafiktablett habt ihr es nicht leicht, perfekt gerade Linien hinzukriegen, die sind dann meistens mehr so und hat man keine andere Wahl als stricheln, stricheln, stricheln. Wenn ich jetzt die gleiche Linie, die gerade so kritzlich war, strichle und nachmale, seht ihr, dann sieht die gleich schon viel besser aus. Das ist eine andere Art Technik dahinter. Es ist nicht nur, es ist Wissen, Beobachtungsgabe, Kreativität, Ausdruck und Technik. Ja, das sind alles Dinge. Wenn ihr Bob Ross guckt, auf Netflix kann man jetzt wohl auch seine Videos schauen, das finde ich toll. Ansonsten montags auf Twitch wird das ja immer gestreamt. Seht ihr halt, wie er mit ziemlich einfachen Techniken, Illusionen von Natur erzeugt. Es ist ja immer nur eine Illusion, man stellt ja keine Realität dar. Das ist ja quasi dem Gehirn, das Gehirn sieht aus wie ein Baum. Das ist einfach so, so funktioniert die Kunst dann. Okay, wenn wir von den Beinen hier schon reden, ich setze sie mal recht weit außen am Hüftansatz an und auch hier ist es quasi wie mit den Oberarmen. Ihr seht, das ist die gleiche Form, das ist so eine zulaufende Form. Und ich muss den Ball da unten mal weg, gerade hier. Entschuldigung, er sitzt nicht richtig. Dann gehe ich Füße und Waden quasi in einem mit abnehmen. Ich habe halt hier so, da kommen halt die Füßchen dran. Das ist halt so ein... Hier ist quasi der Fuß, da ist die Wade, da ist der obere Beinansatz. Das ist so ein... Ich lasse das immer ganz gerne hier so ein bisschen mit reinlaufen. Das ist eine extrem vereinfachte Form einer Person. Eine extrem vereinfachte Form. Also meistens sind bei mir dann halt die Beine auch durchaus hier so in einem... In einem Satz... Abge... Abge... Wie nennt man das? Fällig abgehandelt. Ist gut. Ähm... Was ich jetzt gerade mache, ist versuchen, dass die Figur realistisch steht. Das ist der nächste Punkt, an dem wir uns kümmern müssen. Ähm... Da gehe ich auch nochmal ins Detail drauf an. Also wir werden für alle einzelnen Sachen mehrere Zeichenvideos brauchen, um da genau drauf einzugehen. Diese Figur jetzt hier... Ich meine, in der Realität würde sie wahrscheinlich sogar umkippen. Aber erstmal sieht sie so aus, für unser Auge, als könnte sie realistisch stehen. Das ist etwas, was nicht unbedingt jeder sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich gehe jetzt mal hier oben... Einen Chibi hinsetzen. Der hat hier seinen Körper. Und dann hat er hier sein... Ähm... Seine Beine. Ähm... Gott, ich habe es selber gerade fast geschafft, dass der... Es ist teilweise, wenn man angefangen hat, sich mit dem Schwerpunkt zu beschäftigen, schwierig, einen Charakter zu malen, der nicht stehen kann. Also... Ne, der Körper ist ja schwer. Wir haben ja Schwerkraft in unserer Welt. Da gibt es ja Schwerkraft. Und irgendwo muss er ja draufstehen. Und wir können balancieren. Unser Schwerkraftpunkt ist oft im Körper, meistens in der Hüfte. Der kann aber auch verlagert werden. Und wenn ich jetzt hier einen Charakter habe und der Schwerpunkt ist da in der Hüfte, ähm... Dann ist es so, dass ich das Gewicht auf beide Beine aufteilen muss. Wenn die jetzt hier beide so nebeneinander stehen, dann sieht das so aus, als könnte der Charakter stehen. Äh... Das ist... Es ist... Es ist tatsächlich schwieriger, einen Charakter nicht realistisch stehen zu lassen, wenn man das einigermaßen kann. Also stellen wir mal den Charakter hier auf ein Bein und machen das dann hier so, dass der Charakter ein Bein anwinkelt. Oder ihm fehlt eins. Er würde nach da umkippen. Ihm fehlt... Also wenn... Wenn der... Der Schwerpunkt des Körpers, der Hauptteil des Körpers, das hier ist alles schwer. Das ist alles ganz doll schwer. Ähm... Verteilt sich mittig hier auf dem Punkt, den einzigen Punkt im Körper, der stehen kann. Und wenn er sich nach unten verteilen soll, muss ich das Gewicht entweder da unten wieder aufteilen, auf zwei Beine, oder mittig, da wo der Schwerpunkt im Körper sitzt, stehen. Also theoretisch müsst ihr hier... Könnt ihr auf einem Bein balancieren. Tut er aber nicht. Das eine Bein ist da außen und hier fehlt ein Bein. Also hat der Schwerpunkt... Verteilt sich nicht hier drauf und auch nicht da drauf, sondern kippt um. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, über den wir nochmal ganz detailliert reden müssen. Schwerpunkte von Körpern ist ein eigenes Fach Physik. Physik! Ja, meine Damen und Herren, Zeichnen hat leider auch etwas zu tun mit Physik. Das werdet ihr beim perspektivischen Zeichnen noch lernen und dann werdet ihr kotzen, so viel ich hasse Perspektive. Aber ich kenne ein paar Techniken für perspektivisches, räumliches Zeichnen. Die werden euch Spaß machen. Sehr viel Spaß machen. Weil perspektivisches und räumliches Zeichnen kann man auch halt lernen, dass es bis ins Unterbewusstsein übergeht. Und dann braucht man nicht mehr mehr so viele Hilfslinien, um das zu machen. Aber dazu kommen wir in einer ganz anderen Folge sehr viel später noch. So, wir waren noch nicht beim Kind angekommen. Das Kind, kleiner Kopf, ja, ist quasi die kleine Mini-Variante der Eltern. So, kann man sich vorstellen, hier sind wir wieder mit vielen Köpfen. Ist dem Chibi nicht unähnlich, weil es einen plumperen Körperbau hat. Ja, das ist sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs gibt sich halt da keinen großen Unterschied. So, lass das mal gerade hier so stehen. So, Arme. Weil es, wie soll ich sagen, keine großen Unterschiede gibt, was halt Schulterbreite und so weiter angeht. Die sind bei Kindern ziemlich einheitlich, seien sie sind dicker oder dünner, aber es dauert bis so, ja, zehn, elf Jahre, bis die Körper anfangen, sich stark unterschiedlich zu entwickeln. So, wir haben jetzt also Körperbau von dem Mann. Hallo. Von der Frau. Hallo. Von dem Kind. Guten Tag. Und vom Chibi. Den Chibi, an den wir uns heute kümmern wollen, den wir heute gestalten wollen und den wir heute überarbeiten werden. Und da werden wir jetzt lernen, was man da alles machen kann, wie man darstellen kann. Natürlich im Manga-Anime-Stil, weil erstens das, was alle sehen wollen, zweitens das, was ich kann. Ja, das ist, ja man, das ist Schuster bei deinen Leisten. Realistisches Zeichnen geht halt einfach auch noch einen Schritt weiter drüber hinaus. Ich möchte euch jetzt ja auch nicht überfordern. Damit ich euch nicht überfordere, werden wir jetzt erstmal tatsächlich mit Strichmännchen anfangen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir fangen jetzt nochmal mit Strichmännchen an. In der heutigen Folge habe ich angefangen, einen Animal Crossing Charakter zu zeichnen. Also das ist etwas, was ich euch als Beatpaint hinten dran packen möchte. Ich habe mal wieder meinen neuesten Animal Crossing Charakter, wie ich ihn gestaltet habe, gezeichnet. Und das ist dann immer ein Findungsprozess, wie gestalte ich den. Ja, ich habe mein Vorschaubild von meinem Animal Crossing Charakter, da stand er da so mit seinem Hut, so ganz niedlich in der Gegend herum. Ich dachte mir so, ja, ich will auch jetzt irgendwie eine coole Pose, muss es sein. Und dann überlegt man sich halt, was für coole Posen könnte man machen. Und da fange ich tatsächlich immer an mit Strichmännchen. Also Strichmännchen, Formform, dass ich halt hier solche Formen nehme und dann mal so gucke, was könnte dann da cool aussehen. Und ihr seht, so ein einfaches Strichmännchen kann viel Dynamik und Bewegung ausdrücken. Das ist ein unglaublich wichtiger Anfang. Die Erstskizze, die die Findung eines, wie soll ich sagen, ja, die Findung einer Pose, die Findung eines Ausdrucks in einem Bild. Das ist so, könnte hier beim Golfen irgendwie sein. Das ist ein ganz extrem wichtiger Punkt. Also ich experimentiere dann halt auch lange herum oft, bis ich so die Pose habe, wo ich mir denke, so ja, das sieht cool aus, das kann man so machen. Und meine Strichmännchen sehen quasi immer so aus. Also es ist wirklich ein kreisrunder Kopf und dann bekommen die so ein, ja, das ist leicht trapezförmig, wenn ich mich nicht ganz in die Schlechte gehen, die Geometrie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist dann immer mein Körper und die Beine sind halt einfach dann auch immer nur Striche. Also hier können wir zum Beispiel so einen obeinigen Körper darstellen. Das ist erstmal natürlich anatomisch alles nicht so richtig, aber so, wie haben wir hier, gehen wir mal auf die Perspektive ein. Die Person sagt schon mal Hallo hier. Sieht so aus, als würde er gerade so auf einen zukommen, so hey Jude, was tust du, warum hast du meine Augen so komisch gemalt? Es guckt nach da, es guckt nach da. Also ein kleines Strichmännchen drückt eine Menge aus. Also in der Perfektion ein Strichmännchen zu malen, das gut aussieht, ist halt auch nicht einfach. Ihr dürft jetzt nicht, wenn jetzt halt ihr malet ein Strichmännchen und das sieht dann halt so aus, denkt ihr euch, ja, das ist ja kacke. Es entwickelt sich, solche Strichmännchen hübsch malen zu können, entwickelt sich einfach auch mit der Zeit der Übung. Ihr entwickelt ein Gefühl für Form, Bewegung und, ja, die Information, was macht einen Charakter aus. Und selbst wenn ihr mit dem einfachsten Strichmännchen anfangt, dann haben wir ein Strichmännchen und das stützt die Hände da in die Hüften und dann hat es da die Beine stehen. Dann habt ihr halt schon mal, das ist meine Ausgangspose, der Charakter steht da, hat die Hände in die Hüften gestützt. So, dann erweitert eure Strichmännchen, macht mehr draus, ja, malt mehr draus. Auch bei Strichmännchen ist es wesentlich leichter, den Schwerpunkt in irgendeiner Form drin zu bestimmen. Und dann experimentiert einfach mal herum, indem ihr mit dem Strichmännchen, ne, ihr malt einen Kopf und dann setzt ihr einfach den Körper von dem Strichmännchen, irgendwo an und überlegt euch, äh, okay, jetzt ist es hier, jetzt ist der Schwerpunkt des Charakters jetzt so ein bisschen nach da verlagert, damit er noch stehen kann, weil der Kopf ist ja auch sehr schwer, der würde so nach hinten kippen. Dann müssten ja die Beine theoretisch irgendwie so hier so stehen. So, dann das sind die Beine des Charakters und dann könnt ihr die Arme hier so in den Hüften haben. Das ist durchaus eine Pose, die machbar ist. Oder er lehnt sich hier irgendwo an, an einem Geländer oder sonst irgendwas. Kreativität aus einfachen Strichen herauswachsen lassen. Aber erstmal war für mich halt immer so, das Strichmännchen am Anfang ist für mich immer die Findung dessen, wie möchte ich meine Pose gestalten. Dann, ähm, ich hab meistens grob was im Kopf, ja, ich hab grob im Kopf, wie es aussehen soll. Und dann ist das Strichmännchen das, was es am besten wiedergeben kann. Das ist leicht, das sind wenige Linien, das ist fürs Gehirn nicht allzu viel Information, ja. Also das kann man noch, das kann man noch einigermaßen, äh, leicht so auch sich im Kopf vorstellen, Strichmännchen. Deswegen, wenn ihr eine Vorstellung im Kopf habt, brecht sie runter bis auf ihre einfachste Form und gebt dem dann Ausdruck. Und das kann sehr befriedigend schon sein, einfach ein ganzes Heft voll mit Strichmännchen zu kritzeln. Nehmt euch Fotos, nehmt euch realistische Fotos oder irgendwelche anatomischen Zeichnungen vor von, oder, also gerade posemaniacs.com kann ich da immer wieder empfehlen. Nehmt, nehmt, ich hab das oft zu, ich hab einfach auf meinem Handy eine ganze Menge an, ähm, jetzt will er wieder nicht, nein, ich will, nein, nein, ich will einfach nur, Hallo, mein Fingerabdruck ist korrekt. Ich will, äh, ich will das nicht, ich, ähm, ja, mein Handy lässt sich gerade nicht entsperren. Schnappt euch ein Foto und zeichnet, was ihr auf dem Foto als Person seht, als Strichmännchenmanier ab, auch die Bäume. Also, Kinder fangen ja an, Kinder malen, Baum so. Das ist nicht falsch, so sieht ein fucking Baum aus. Jeder von euch kann das als Baum identifizieren oder Atompilz oder eine Wolke, die sehr einseitig regnet. Ja, das kann auch passieren. Ne, so ein paar Striche mehr und dann hier so ein Blitz und jeder denkt, der ist eine Wolke, die pieselt. Nein, das ist eine Qualle mit Blitzen, die aus hier kommen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ja, deswegen gibt's ja auch so Bilder, die man total missverstehen kann, ähm, je nachdem, wie man draufguckt. Aber genau das ist ja das Schöne, darüber lernt man einfach eine ganze Menge über Kunst. Okay, also, wir haben das immerhin schon mal geschafft, Strichchen sind schon mal. Der nächste Schritt ist, sich an unser Bild heranzupacken, sich nochmal die Regeln und die Längen und die Winkel anzugucken. Wir sind ja schon mal drauf eingegangen, darüber, dass es gewisse Regeln bei Abständen und so weiter und so fort gibt. Also, Arme sind immer so und so viel lang oder gehen bis da und da. Wie wendet man das jetzt aber konkret an, wenn man jetzt eine Pose hat? Also, fangen wir mal ganz simpel an. Ich hab hier mein Strichmännchen und ich will, dass ich das Strichmännchen, so, das ist der Oberkörper, das ist der Unterkörper, dann, äh, steht das, äh, das ist hier, das ist das Bein hier, so, äh, kann ich malen, äh, so. Und stützt sich hier mit den Händen drauf ab. Moment, jetzt muss ich ein bisschen gemittelter aussehen. So, das sind die Beine, das sind die Beine, das stützt sich hier mit den, mit den Armen so auf den, quasi so auf den Knien ab. So meine Grundgedanke, das ist so die Grundidee. Man guckt sich vielleicht da unten, was weiß ich nicht, was, ein Kätzchen an. Da ist ein Kätzchen, so, guckt sich das an. Man schmückt sich so nach unten und hat so die Hände auf den Knien und blau und blub. Okay. Wie bringe ich das jetzt in Realation? Wenn ich jetzt ein Chibi habe, habe ich es ja Gott sei Dank recht einfach. Also mache ich wieder meinen großen, runden Kopf. Setze hier schon mal so ein bisschen Kiefer an. Ähm, ich habe hier meine Hilfslinien, die mir helfen sollen festzustellen. Und wir hatten das schon in einer Folge detailliert. Wo sitzt das Gesicht? Gesicht Mittellinie, wo die Nase sitzt. Mittellinie, wo die Augen dran sitzen und der Mund sitzt. Und hier, wo die Ohren dran sitzen. Also das folgt gewissen Regeln. Das hatten wir schon in einer Folge Kritzelpixel. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Die Playlist dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. So, dann weiß ich halt, okay, der Teil davon, also hier ist, wenn das hier so der Hals an ist, verdeckt halt auch schon mal so ein bisschen den Oberkörper. Und ich habe hier mal meinen birnenligen Oberkörper. Aber eine Birne, das ist halt, ne, nur weil der Oberkörper jetzt hier von so einem Chibi mir so eine Birne ist, das ist der Knickpunkt hier. Das ist der Knickpunkt. Also kann sich der Chibi hier in dem Fall auch knicken. Und dann kommt jetzt wieder hier meine Würstchentechnik. Und gucke ich halt immer erstmal, okay, so sieht es auch aus, als würde er da stehen können. So. Eh. Komm schon. Ein bisschen wegradieren, damit man es deutlicher sieht. Also für mich ist das immer ein bisschen einfacher zu sehen. Ich versuche es jetzt gerade für euch so ein bisschen deutlicher zu machen, dass halt hier liegen so die Hände auf. Hier so auf den Knien entsprechend. Und hier unten wäre dann das flauschige kleine Kätzchen. Mau. Und mein Charakter guckt halt gerade runter und schaut sich das Kätzchen an und freut sich. So. Also, wir sind jetzt wieder hier danach gegangen. Ein Chibi hat halt quasi, ist in etwa immer so drei Köpfe von sich selbst groß. Wir sehen hier die Kopfgröße. Das sind die drei Köpfe. Das ist ein bisschen mehr. Ich mache das auch ganz gerne nur mit so Hilfslinien oder mit so Kästen, um mir das deutlicher darzustellen. Diese Regel halte ich beim Zeichnen quasi automatisch ein. Ansonsten, da gehen wir jetzt drüber, um das ein bisschen zu verdeutlichen, ist halt so. Ihr habt halt hier euren Chibi-Kopf. Dann macht ihr halt noch einen Kopf und dann macht ihr noch einen Kopf. In der Bewegung, in der der Chibi gerade steht. Ja, also man kann sich das als Hilfslinie, könnt das halt voran haben. Das ist euer Ausgangsbild und daraus heraus macht ihr den Chibi. Das hilft halt auch dahingehend, dass ja die Arme, das hatten wir ja auch vorhin schon bei dem Bild vorher. Moment, ich gehe da gerne auch nochmal drauf ein. Da gelernt, dass die Arme hier, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, hier an diesen Punkten, einen gewissen Regelsatz folgen. Also die gehen halt immer bis zur Hüfte. Also wenn ihr euch jetzt hinsetzt, kerzengerade, und ihr lasst eure Arme nach links und rechts fallen, werdet ihr sehen, dass eure Ellbogen in etwa auf Bauchnabelhöhe enden. Ja, das ist bei fast jedem Menschen so. Das ist mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, das ist klar, aber das ist so. Wie lang denn der Oberkörper ist, ist auch noch bei jedem unterschiedlich. Aber es sieht anatomisch korrekt aus, wenn ihr, selbst wenn der Oberkörper etwas länger ist als bei anderen Menschen, jetzt, äh, toll, 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 nicht zu lang. Ähm, ne, es sieht halt realistisch aus, wenn ihr die Arme entsprechend auch lang macht. Und nein, nicht alle Mangaker tun solche Sachen immer, ähm, für sich selbst, äh, vollständig. Ähm, das kann man in Mangas ganz gut oft sehen, wie, wie da teilweise nicht, äh, die Länge eingehalten. Das sieht furchtbar aus so oft, wenn ich denke, boah, ich habe keine Hilfslinien benutzt. Ich benutze die Hilfslinien auch, wenn sie nur in meinem Kopf existieren, ich benutze die Hilfslinien immer. So, da gehen wir jetzt auch mal mit den Hilfslinien dran. Also, ne, wir, wir haben hier, quasi hier ist unser Hüftpunkt, die Arme gehen ja jetzt, weil er sich vorgebeugt hat. Ähm, da muss man halt auch, ähm, ich gucke uns das Ganze jetzt mal aus der Seitenperspektive an, wenn das jetzt hier direkt von der Seite wäre. Also, hier ist so Nase, ne, Kinn, Dings. Ähm, dann haben wir hier den Knickpunkt. Und dann gehen ja hier, geht das ja hier, ne, hier haben wir den Ellenbogen, geht das ja hier so drüber hinaus mit den Knien, quasi. Und weil wir hier eine Überschiebung haben, weil sich das hier so ein bisschen überschneidet, ist jetzt hier die Beugung nicht exakt auf meinem Knickpunkt. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Das hat halt viel mit der Anatomie zu tun und mit Perspektive. Die Perspektive verschiebt gerne solche Punkte. Also kann man sich dann auch mal ganz bewusst, ich gehe jetzt gerade mal zurück. Kann ich, kann ich, kann ich, geht das? Steuerung Z will er nicht. Nochmal. Will er auch nicht. Machst du jetzt Steuerung Z? Ja, so ist brav. So, wir gehen jetzt nochmal hier zurück, damit wir uns das hier nochmal genauer angucken können. Wir haben hier unseren Knickpunkt. Das ist unser Winkel. Der Kopf sitzt ein bisschen so, die Hüfte sitzt ein bisschen so, die Beine sitzen ein bisschen so. Wir sehen, es dreht sich so ein bisschen, spiralförmig, ja. Und dementsprechend sitzen halt hier auf diesen Punkten dann auch die Arme. Der hier ist ein bisschen länger als der da vorne, weil wir halt hier unterschiedliche Winkel haben. Also wir haben da die Schulterlinie uns quasi jetzt eingezeichnet, weil die Schultern sitzen ja hier so ein bisschen schräg auf dem Bild. Und so entstehen Längenunterschiede und dann auch Unterschiede, wo die Ellenbogen sitzen, um das nochmal verdeutlicht zu haben. Ja, so komplex ist das, so widerlich komplex ist das. Und da muss man dann halt oft mal nachdenken. Wo sitzt denn, wenn die Schulter da sitzt, sitzt die tiefer, weil in der Perspektive, das kann man jetzt hier deutlich sehen, in der Perspektive ist es ja so, dass wir hier den Oberle, diesen Schulterbereich haben. Hier fängt die eine Schulter an, da fängt die andere Schulter an. Und das ist ja nicht eine gerade Linie, die ist ja schräg, weil der Charakter ja zu uns gedreht steht, so ein bisschen mit der Schulter. Ist ja nicht direkt frontal. Das sind die kleinen Feinheiten, die ihnen geht, das entgeht einem oft. Dafür muss man halt einfach verinnerlichen, wie Perspektive funktioniert. Das ist so ein Prozess, der sich erarbeitet, wenn man das Bewusstlernen speichert, das Gehirn das ein, weil wir sehen es den ganzen Tag, wir sehen den ganzen Tag Perspektive. Und je bewusst ihr euch diese Dinge anschaut und je bewusst ihr euch das Ganze klar macht, desto leichter und einfacher wird das für euch. Nehmt Referenzbilder, auf DeviantArt gibt es jede Menge Referenzbilder, die man nutzen kann, um zu zeichnen. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr malt, Erfolgserlebnisse habt. Abmalen ist eine böse Sache, wenn man nicht deutlich sagt, okay, es ist abgemalt von dem und dem Künstler. Weil viele Leute sagen, oh, das sieht dann voll geil aus. Und jeder denkt sich, oh, das ist voll schön, ich zeichne übrigens nochmal gerade den Schatten ein, das sieht so komisch aus. Und man denkt sich, oh, das sieht ja schon voll gut aus. Und dann kriegt man Lob und dann fängt man an, immer mehr Sachen abzuzeichnen. Man lernt zwar eine Menge durch Abzeichnen, aber Abzeichnen ist für unser menschliches Gehirn, das sehr leistungsfähig ist, ziemlich leicht. Je besser man malen kann, desto besser kann man logischerweise abzeichnen. Aber es ist für mich zum Beispiel Anime und Manga-Bilder eins zu eins abzumalen, dass es aussieht wie das Original. Total einfach. Und das ist, weil ich sage, gerade je mehr man malen kann, dass es so einfacher wird. Es ist, warum sieht es irgendwie aus wie ein Arsch. Ich gucke die ganze Zeit drauf und denke mir so, voll der geile Butt. Chibi-Butt! So, dann machen wir jetzt noch Beinchen dran. Hier so, geht so eins so nach hinten. So. Und hier nicht die Arme. Da ist ein Chibi sehr stolz auf sein Butt. Wahnsinn. Also, den lassen wir jetzt noch grenzen. Warum habe ich das getan? Gut. Also, wir sind jetzt hier bei dem Thema Längen und Winkel. Und ich finde immer, ich mache das mir immer ganz gerne so hin, um nochmal zu testen, auch ob ich richtig gemacht habe. Ich mache das mit so Strichen. Ihr seht ja, ich habe hier so Kästen gemacht und weil ich die Kästen halt auch schon in Linien gemacht habe, kann ich mir das in Linien noch gut einteilen. Wir sehen halt die Bewegung des Charakters, die Perspektive des Charakters und haben jetzt quasi auch schon so ein bisschen uns Fluchtpunkte eingezeichnet. Und darüber kann man dann entscheiden, ja, das ist richtig so, das sieht gut so aus, das kann ich mir so vorstellen. Und damit endet Teil 1, das großen Zeichnen, Malerei, was brauche ich für Know-how, um überhaupt in das Business Kunst einsteigen zu können oder richtig einzusteigen. Und im Teil 2 beschäftigen wir uns noch auch tiefer mit der Thematik Kunst und Zeichnen und Malerei und was ist eigentlich Talent und was ist mein Talent? Denn jeder hat ein Talent auf den verschiedensten Gebieten und ich werde euch helfen herauszufinden, welches eures ist. Und ja, Talent ist halt immer eine Voraussetzung und ich werde euch zeigen, dass auch ihr eine Voraussetzung erfüllt, die euch bei der Malerei weiterhilft und auch in vielen anderen Lebenslagen. Denn Talent ist nicht beschränkt auf Kunst alleine. Das äußert sich auch in vielen anderen Lebenslagen. So, während ihr jetzt noch einem Speedpaint zugucken könnt, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns in Teil 2 wieder. Und viel Spaß beim Zeichnen üben und beim bereits Gesehenen könnt ihr vielleicht sogar schon ein bisschen ansetzen und ein bisschen üben und machen und tun. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.